Rauchen ist das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland. Etwa 27% der Männer und 24% der Frauen über 18 rauchen in der Bundesrepublik. Viele Raucher leiden an, in erster Linie dadurch verursachten Krankheiten. Jährlich sterben deutschlandweit durch die gesundheitlichen Folgen des Tabakkonsums ca. 120.000 Menschen. Es gibt also gute Gründe, mit dem Rauchen aufzuhören. Bist auch du Raucher und hast langsam keine Lust mehr darauf, weiterhin nikotinsüchtig zu sein? Wenn ja, dann bist du damit nicht alleine. Mit dem Rauchen aufzuhören kann zwar unglaublich schwierig sein, sich aber auch enorm lohnen. Es ist nie zu spät dafür, den Glimmstängel an den Nagel zu hängen. Auch du kannst noch heute mit dem Rauchen aufhören und ein gesundes Leben führen. Willst du wissen, welche Vorteile deine neue Abstinenz vom Rauchen für dich hat? Kein Problem, denn genau darum geht es heute hier bei uns. Hier sind 5 positive Veränderungen, die du erreichen kannst, wenn du dich gegen das Rauchen entscheidest. 1. Nach 20 Minuten Bereits 20 Minuten nach deiner letzten Zigarette sinkt dein Blutdruck und die gesamte Durchblutung deines Körpers verbessert sich. Der Weg zum rauchfreien Leben beginnt also bereits sehr erfolgreich. 2. Nach einem Tag Zigaretten sind eine wahre Schadstoffbombe und beinhalten zum Beispiel Kohlenstoffmonoxid, das bereits in geringen Mengen sehr schädlich für deinen Körper sein kann. Wenn du darauf verzichtest, bekommt dein Körper wieder mehr Sauerstoff und kann deinen gesamten Organismus dadurch besser und effizienter versorgen. Spätestens nach 24 Stunden ist der erhöhte Kohlenstoffmonoxid in deinem Körper Geschichte und du kannst wieder deutlich besser durchatmen. Dadurch reduziert sich auch dein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und du wirst auch bemerken, dass du wieder besser riechen und schmecken kannst. Statt dich mit Zigaretten zu vergiften, kannst du ab jetzt also auch wieder deine Umwelt besser und authentischer genießen. 3. Nach drei Tagen Nach bereits drei Tagen ohne Zigarette befindet sich kein Nikotin mehr in deinem Körper. Das bedeutet natürlich auch, dass zu diesem Zeitpunkt der merkbare Entzug beginnt. Symptome können Gereiztheit, Kopfschmerzen und ein erhebliches Verlangen nach Nikotin inkludieren. Gerade jetzt ist es wichtig, durchzuhalten. Denn nach einigen weiteren Tagen hast du das Schlimmste bereits überstanden. 4. Nach einem Monat Nach nur 30 Tagen beginnt sich deine Lungenfunktion bereits zu verbessern. Das bemerkst du wahrscheinlich an seltener werdendem Husten und einer besseren Leistung bei sportlichen Aktivitäten. Die Chancen sind hervorragend, dass du neue Höchstleistungen erzielen kannst. 5. Nach über einem Jahr Nach einem rauchfreien Jahr erholt sich das Flimmer-Epitel auf deiner Lunge, das aus zahlreichen kleinen Härchen konstruiert ist. Dieser schichtartige Bestandteil deiner Lunge ist enorm wichtig, um Viren, Bakterien und andere Keime abzuwehren. Du wirst somit deutlich seltener mit Infekten zu kämpfen haben. Zudem reduziert sich dein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach einem Jahr bereits um 50% und nach 5 Jahren beginnen sich deine Blutgefäße und Arterien wieder zu erweitern, was eine deutlich bessere Durchblutung und somit generell ein geringeres Risiko für unterschiedlichste Erkrankungen bewirkt. Es lohnt sich also absolut, mit dem Rauchen aufzuhören. Auch du wirst es mit Sicherheit schaffen. Bist du Raucher oder hast du früher mal regelmäßig geraucht? Willst du aufhören oder hast es bereits geschafft? Was ist deine Story zum Thema Rauchen? Antworte uns in den Kommentaren, lass uns ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du in Zukunft keines unserer Videos mehr verpasst. Schau am besten auch gleich bei unserem neuen Kanal Blizzbow vorbei, wo wir wöchentlich tolle DIY- und Lifehack-Videos hochladen. Das war's für heute bei Schrittanleitungen, gib dem Video ein Like, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und noch einen wunderschönen Tag!